Ich bin lustig, sie hat sich alle in die Luft gesprengt. Ah! Ja, jetzt hat sich wieder das Buch, oder? Calling it! Ja, hier ist es. Aber es ist uns! Es ist Mom und Dad! Rose! Wir brauchen deine Hilfe! Schau, ja, es ist uns! Was? Oh, sie... sie kann uns nicht sehen! Schmerz! Wir brauchen zu sprechen! Wir brauchen deine Teile, um die Schmerzen zu verbrechen. Darling! Sie kann uns nicht selbst fühlen. Ach! Härtere Hütte! Haha! Warte! Warte! Schau! Rage! Du kannst schreiben für sie! Oh, stimmt! Ja, das ist perfekt! Warte! Warte! Hahahaha! Lass uns, wir was etwas zu tun, die Rose liebt. Warte! Perfektivotor! Oh! Oh, sie ist ihr besten Freund! We destroy the Elephant. We make Rose cry. Oh my god, Mae. That is a great idea. You cry a river? Yes! Oh, das ist ein bader Maniac. What the fuck? Now we just gotta... Well, we just gotta get through her toys. Well, this would have been a lot easier if you'd tidied her room. Yeah, well, at least they didn't buy her a crazy space monkey that nearly got us killed. Oh, shut your clay face. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yeah, that's the dust. You must remember to clean under her bed. Oh my god. Oh. Yeah. Noted. Oh my god. Oh my god. Oh my god. She has so many toys. Yeah. Oh my god. One less, do me a good thing. Oh, she really loves that Elephant though. I have to buy a replacement later. I have to buy a replacement later. I have to buy a replacement later. Yeah, it's time for a new friend. Well, I actually thought she'd outgrown the Elephant. She did. But lately she's got attached to it again. I don't know why. Okay, well, let's just find it. The Rudeiro Deo. Where are you? Where are you? It looks so good. Nice. Come on. Come on. Easy. Nope. Just go. I can't answer the bullet too long as you can. I hope we're just going to click now, because they're just easy to win. Listen to meтор! I'm glued to this bullet! What?! Oh shit. Oh shit. Ich sag mal, wie ich schnell klicken kann. Entschuldigung, das könnte noch länger sein. Wir sind ein Winner. Bla, bla, bla. Ich habe gemeint, du spielst mal Ozu, was ist da los? Ja, Ozu trägt zwei Tasten. Hä, was? Nur zwei Tasten? Ja. Hä? Wie willst du sonst mit vier Fingern Rhythmus halten? Das wäre ja schwer. Das wären ja vier Spiele. Hä? Wie geht's mir in die Game? Magic Castle. Ah, warte, ich habe da vorne ein Ding gesehen, das wir brauchen. Das Auto. Oh, was ist das so? Kann man einfach runterjumpen? Mal versuchen, in die Bölle zu jumpen. Hey, wann war es der letzte Mal du war? Oh, ah, ah, ah. Hey, when was the last time you were involved in? Oh, that was the time... Willst du überlaufen? We should jump in. We should jump in. Ja, we should jump in. Ja, we should jump in. Man, we should jump in. Man, no fun. Kannst du mich schupfen? Oh, warte, jetzt wo bist du. Hä? Ich bin nicht hinten. Ich bin nicht hinten. Du kannst mir glaube ich es angehen. Dann kann ich nicht auf Trutschbahn raufentun. Wahrscheinlich, oder so. Geht das? Are you ready? Ja. Ah, du hast einmal den Ring getroffen. Ja. Ah, easy convenient. Mach gerade mal rein, ich zieh dich sonst. Geil. Geil. Let's go. Ich habe gerade das achievement bekommen. Das. Oh, das hat er mich erfahren. Jetzt nochmal. Ja, willst du? Warte, ich hintere dich ganz, ganz weit. Jo, wow. Jo, das habe ich vorher schon gemacht. Nein, du bist nicht so weit, wie du es konntest. Jo. Jo. Okay, Hanni nicht. Hahaha. Hahaha. Warte. Klappt's gut. Ah. Hahaha. Toe weg. Hahaha. 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 Okay. 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 Willst du nochmal? Hahaha. Aber weisst du, das sehen sie nicht. Nein. Das Ziel ist für dieses Level, alle drei Minigames zu finden. Wir müssen so diese... Die Kronen... Das habe ich letztes Mal nicht gehört, die Kronen rascheln oder so. Hahaha. Hahaha. Yep. It's a ball pit of death, of course. Ich dachte, du machst mich da... Lass mich da sicher runterfallen. Das habe ich nicht gemacht. Und ich dachte, mach ich es halt selber. Fair enough. Ich bin die Mind. Wrench free. Hahaha. Ja schon. Hahaha. Ist das so ein guter Ausdruck. Ähm. Ja. Viel Spass, he? Hahaha. Kannst du da an den Nobs vielleicht hören oder so? Nein, nein. Es soll einfach Nummer Einer sein. Ähm. Du musst eine Art springen und ich mache den... Ja. Hahaha. Ich bin noch nicht ready gewesen, aber ja. Aber ja. Es war nur einer, Alter. Das ist ja ureschwer. Chill einfach mal. Ich bin bereit. Ich schaue einfach bei dir und jump sobald du Animation startest. Ah nein. Du jumpst und ich mache. Hahaha. Hahaha. Ist das einfacher wenn ich schaue? Hahaha. 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 Okay. Ich schaue einfach bei dir. Hahaha. WTF. Kein Vertrauen. Das ist so schwer. Hahaha. Hahaha. Alter, wieso springst du schon? Hahaha. Sorry. Okay. Okay, ja. Be ready. If you're ready. Ja. Nice, nice. Ja, be ready. Nice. Ja, be ready. Easy und praktisch. Okay. Jetzt kommt es rechts durch. Jawohl. Ich glaube nicht, dass es so... Vielleicht kommst du nicht unten durch. Weisst du, dort so ein... Dings. Nein, nein. Es ist nicht beschrieben. Ja, dort habe ich geweint, aber... Du kannst wallrunnen. Versuch mal wallrunnen. Das ist jetzt mal ein Loch. Ja, es hat so ein Cowboy dort vor allem. Aber ich habe mir nicht gefeiert. Es ist kein Power. Das ist so cool. Der drüber kommt wahrscheinlich auch nicht. Das ist das erste schwere Netz. Und dann... Hahaha. Du kommst schon... Du kommst schon irgendwie mit dem einen Loch ein und mit dem anderen raus. Kannst du nicht dort hinten... Zu dem Loch gehen? Ja, ich glaube nicht dort über jeden Fall. Wenn du bei mir schaust, dann ist es zu weit, so nicht zu jumpen. Easy, Dad. Warte. Ah, ich kann hier vielleicht dir helfen. Ah ja, mach mal. Ah ja. Hahaha. Sorry, ich kann es nicht sehen. Warte mal. Warte mal. Kannst du mir erst gleich wieder helfen? Ah! Ich habe mir ins Maus noch. Oh, ich hoffe, du wirst nicht in irgendwelchen Meissen. Ja. Vielleicht sind sie freundlich. Und sie können uns in dieser Welt helfen. Oh, Fatschass. Oh, ja. Sie sind nie freundlich. Sondern sie sind wir killen. Ähm. Ähm. Wir müssen einfach überjumpen. Ja. Ja. Ich habe es. Ja. War die, die wir sind. Ja. 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 Ich schaffe da immer eine Reihe vor, 1,2,3 Schon? Ja Ah warte kurz, hä? Egal, abends schon muss ich mir eins zeigen Anyways, das Tier mit Frosch und Schwein, wtf, ich sehe keinen Frosch Mach mal ein Schwein Ah, ah ja Aaaaaah Ok, wer will? Mach mal einmal du einmal! Machs wir beide Ich versuche immer zu schauen Nachher war es dir Du musst rüber Ah Ich weiß nicht, ob ich mir das Tür traue Das ist ein Ritter Shit Das ist schlecht, das ist schlecht Das ist ein Stress, oder? Hey Willst du noch etwas schneller machen? Ich dachte, es war schwierig zu sliden Hahaha Let's see, where to next? If you're ready, we're climbing the Abacus Ah yes, the great Abacus Long have I dreamed of scaling its peaks Beat the Reptile Beat the Reptile Pick or ball throw? I mean Remember who won last time we played basketball? Well this isn't basketball It's snakeball Looks a lot easier Wooo! Oh shit Oh shit Gib mir mal einen Pünkt Oh, das ist schwer Ich werde für einen Pünkt Hahaha Oh was? Ja, ich könnte nicht haben Aaaaaah Ja Ich werde noch einen Rundi Don't blame me if the lost stings What the f**k? Ich komme nur auf die Mitte. Alter, das war arschlich. Was ist das so schwer? Was ist das so schwer? Was ist das so schwer? Du musst nur einen Punkt fälle machen. Es tut mir leid. Es sind zwei gewesen. Das geht auch voll noch mit Glamers aber irgendwie. The f**k? What happened? Was ist das so schwer? Es ist so nice. Nach dem Jump kannst du immer noch jumpen. Oh ja. Hast du die Flip noch behalten? Ja, das ist wie ein Flip Reset. Ach... Ach... Halt mal Cody! Ich bin kämling! Okay... Es ist Rose's Homework. Es sieht aus, wie wir es müssen lösen. Ich helpte sie mit der Nacht. Das wird einfach. Äh... Was ist 15? 7 plus... 8. WTF? Stattdach ist 80. Sorry. Ah, warte kurz. 2 plus. Oh, warte. Es bekam ja immer... Aber jetzt lebst du nur noch du. Ist gut. Oh, warte. Ähm... Es funktioniert wohl. Oh, nächstes Level. Memory Game. Not my Strong Suit. Ähm, was ist gerade passiert? Ich habe vorhin nicht aufgepasst. Memory! Wo sind... Jerry's? Ah! So. Okay, warte. Sonst spielt nur jemand. Der andere merkt sich. Okay, warte. Orange hatten wir noch nicht. Viele hatten wir noch nicht. Orange ist nicht ganz links. Nein, Orange ist ganz links. Genau. Das ist schon mal aufgedeckt. Das ist ja schon mal aufgedeckt. Das ist ja schon mal aufgedeckt. Nein, das habe ich nicht gut. Ich glaube es ist aufgedeckt. Pure steht unten gewesen. Oh, wir haben bestimmt die Anzahl von sich. Ah, das habe ich schon. 1 unten dran gewesen. Nein, nein, nein. Der Mauer. Hast du schon auf der Taster gesehen? Ja. Ah, ja, schön. Das ist das Z. Nein, nein, nein. 1 rechts, 1 rechts. Oh. Bist du sicher? 1 rechts, 2 rechts. 2 rechts. 2 rechts. Ok, ich gehe jetzt. Let's go. Oh, mehr Mathe! It's draw by numbers! Oh, I can do that! Das ist aber schlecht! Ich glaube, ich habe nur eine Richtung. Du musst die andere. Du bist doch rechts. Ich habe nur hoch und runter geglaubt. Die andere. Ich mache beide. Ich mache beide. Ich mache beide. Wo ist das? Das ist ein lustiges Spiel. Das ist ein lustiges Spiel. Genau! Hehehe. Da! Da sind wir wieder. Nein, jetzt ist... ...zum die Z-Novelle Assets sparen. Ah ja, billig. Da ist ein Maus, ne? Ich glaube, das ist fake. Muss man es irgendwie durchfahren? I used to love them as a child. Well, I've never seen you play them with Rose. Of course I have. She beats me every time. It looks like it's interested in some cheese. Hast du irgendwie was gemacht? Ja. Ah, die Maus hat den Käse. Ähm, gehen wir mal nicht hinterher. Ich habe das Gefühl, dass es viel schlecht ist. Nein. Also umlaufen, dass es halt... Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Shit, shit. Über, über. Alter, das ist... ...eine Zeit. Ja. Nice. Oh shit, oh shit. Oh shit. Ich würde es nochmal machen wahrscheinlich. Ja, aber guck mal wie viel... ...wie viel Schwieger das ist. Ja, man, sie sind gut gemacht jetzt. Sie sind schon gut. Ja, doch... ...zulcher ist ja sehr schwierig. Zum Glück hat sie es nicht so bouncy gemacht. Es ist schwer, sie ist schwer. Ja. Wenn ich es auch immer... Oh, oh shit. Oh shit. Oh shit. Schade. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah Ich sehe die beiden immer Hmm Pool? Ich weiß nicht. Oh! Oh! Was ist das? Wollen wir da irgendwie ein Streck-Keeper oder was? Oh nein! Haha! Fast die Kugier-Porter! schnell, schnell ich bin irgendwie halb am Stern aber da alles gut äh war nicht ah da oben hat sie einen Haken ah da kommen wir da es hat jetzt auch einen Haken dann war das kein Haken ähm wie kommt man da rufen tun wir es nochmal rufen oh Wacus nein was 2 ja du kommst schon zwischen der Wand hin und her du willst da hinten äh ja voll ja voll aber muss schnell sein muss schnell sein ich kann es auch einfach halten das wäre fair ich weiß nicht ob es nachher bei dir kommt ja wahrscheinlich schon warte jetzt kann es rüber ja ah jetzt kannst du ist das gerade Collaboration gewesen oder was habe ich gerade gemacht du machst es gerade in die andere Richtung ah ich habe wir müssen beide hier oben sein doch doch wir müssen beide hier oben sein wir müssen vielleicht gleich das Zeug jetzt aktivieren da du schaffst das einfach schaffst das einfach die clean clean je nice er roti was haben wir jetzt gemacht ah was haben wir jetzt gemacht wenn es durch aufmacht oh oh mein finger Ich bin doch nicht toll. Warte, wir müssen das selber machen. Warte, was hast du gerade gemacht? Ich habe vor die Hausern geblieben und... Du hast auf den Kopf. Ja. Warte, warte, wir müssen das selber machen. Wie hast du das so schnell geschafft? Skill. Ah, ja. Ah, du kommst nicht auf. Es soll dich mal nicht aufschmeissen. Oh, da hinten ist... Wir müssen doch warten, bis das Ding wieder in vorne ist. Ja. Ja. Oder wie, wieso ist die auf vorne gekommen? Weisst du das? Ah, du musst am Finger ziehen. Ja, und dann kannst du runterfallen. Okay, ich versuche es mal. Okay. Nice. Jetzt kannst du was... ...zumachen... ...hast du grün und... ...ding so, aber ich bin nicht... ...dann kannst du mich rauf. Hast du das jetzt aktivieren, da hinten? Ah, das habe ich aktiviert. Mhm. Ähm... Ja, ich gehe jetzt auch da drauf. Und nachher musst du es. Ja. Easy. Okay, wir müssen vielleicht irgendwie den Wasserfall abschalten... ...und so reden. Wie geht's weiter? Wie geht's? A lahm. Was ist das noch mal? Ja. Das ist ein Fehler! Uhhh, das ist echt viel. Das ist ein Pool. Oh, das ist das für Sie. Oh, ich werde es sehen. Ich werde es nicht sehen, dass ich wieder auf Pools wiedersehen. Ich werde es nicht mehr holen. Ich werde es nicht mehr holen, die ich habe. Crouch! Ok, Crouch! Und wieder Crouchen! Ah, das ist ja voll! Ich würde mir mal an den Reden drehen. Ok, ist das etwas gebraucht? Wasserfall abgestellt! Schön! Oh, ganz schön! Oh, ganz schön! Ich weiß nicht, was wir machen! Was soll ich denn? Ich habe gedacht, es wird etwas vernünftiges, aber es ist nichts geworden! Ok! Ich glaube, es ist noch viel vernünftiges! Ok, das ist... Ich nehme auf den Microverhalt, das ist gut! Hehehehe! Das ist ein Schlachter! Ok! Hehehehe! Nice! Nice, Mann! Noch kurz! Uh, da ist ein Frosch! Und du bist dran! Oh je! Ja, noch kurz! Aha, easy! Das ist wie ein russisches Rolette! Uuuuua! Der gut noch! Du bist dran! Ich kann nicht so viel testen! Der gut nicht! Oh shit, ich habe verloren! Ich glaube, er ist sicher Rigg da! Ich glaube, er soll auch! Komm, wir machen jetzt auf der Seite! Komm, wir machen jetzt auf dieser Seite! Er ist sicher der andere, der Rigg tust! Eben! Ja! Wow! Neeeei! Haha, ha 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 ha! Oh, das ist das Minigame! Hoho! Baseball! My favorite game! Machst du? Haha! 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 Das kommt mir auf die Geld geklaut von unseren Kindern! Ja! Hey, bist du auch ready für das Minigame? Ja! Oh! Es ist schon wieder X, ja! Leichterball und Schöpfle! Okay, Schöpfle! Hör auf mich! Ich bin wirklich gut an das! Ich weiß, wie ein Ball zu schwarzen! Haha! Nicht so gut wie ich kann! Los geht's! Es geht's! Hör auf! Es ist gar nicht so einfach! Es ist gar nicht so einfach! I got this! Däh! Däh! Come on! Wenn es nicht zu schnell ist, kannst du ihn gar nicht hitten! Ah! Obwohl du es einmal geschafft hast! Hör auf! Nein! 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 Oh nein! Du bist voll lustig! Haha! Ja! Du musst vier hitten! Ich muss vier, ich muss den Revanche! Du musst vier hitten als du denkst! Ja! Ich muss vier hitten als du denkst! Ja! 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 Schuss! Haha! Das ist alles! Nein! Nein! Bingo! Nein! Nein! Ist das wirklich? Nein. Ok, GG. Alter, aber wir sind weiss, wir sind weiss geworden. Close one. Wir sind schon das Letzte, besser 3. Ok, ok, ok. Oh, sie sind schon close da. Schluss hab ich noch mal aufgetragen. Nein. Kann ich eigentlich die ganze Zeit klicken? Nein, das geht nicht. Hör auf alle Seiten. Nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein, komm mal, timer. Komm mal. Komm mal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, das war wirklich sehr schnell. Ja. Das war echt so. Das war echt. Warte, 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 wenn wir da das Kinderbuch spielen. Was macht das denn? Der Tod ist in der Luft. Kannst du das andere ziehen? Ah, ja. Ja. Okay, jetzt spannen wir dich nach. Middle Red Riding Hood. Oh, 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 oh. Du weißt auch nicht, dass sie weitervergewaltigt worden ist. Du wirst, dass sie eigentlich vergewaltigt worden ist. Ja. Was wäre das vergewaltigt worden? Das ist die Rodkäpple. Ach, das hat er nicht geküsst. Oh, Fidget's Finners. Damn, ich habe immer die Schläge gesehen. Was können wir mit ihnen machen? Pull to launch. Meile! Wie hast du können launchen? Links halten? Ja, bei mir passiert nur das. Halte, oder? Ja, wenn ich halte, passiert genau das. Schau. Ja, ich gehe an Abgrund. Ich gehe vorne? I don't know. Ja. Oh, du musst wieder anfangen, Ding zu lernen. Äh, ich muss doch schlicht auch rein. Ja, vorher. Ah! Hast du dir geschaut? Ähm... Sind die Pebbles schon ausgeschaltet? Natürlich. Ich glaube es nicht. Nicht! Haha, sonst wäre ich nicht so viel Rote rausgekommen. Ja, sie können wir nicht mehr auswählen. Jetzt nochmal irgendwo einen. Ah, ich sehe ihn. Ah, du hast Violett gehauen, ey. Ist ja geil, ich will keine nix. Ah. Ah, 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 ah shit. Wollt's hochkommt? Ja, ah, ah. Die Luftringer blasen dich hoch. Allright! An Obstackelkurs! Glad you like it! A lot of it was made by Rose! Ich muss es einfach machen! Alter, das ist mega scherz, ich schätze jetzt schon, ich muss es runter. Oh ja. Das soll schon viel weiter sein. Ja, ein Pro-Gamer. Soll ich jetzt langsam bewusst sein. Sorry. Bro-Gamer-Fipe. Oh shit, ich habe ihn gestorben. F. Respekt. Ich hole dich ein E. Warte, du bist so weit vor mir. Dann schaue dich, du bist so weit. Ich mache dich ein E. Das ist ein E. Na, ich hoffe, ich habe einen E. Haha! Die Smarko rum! Zum Aufgehen! Nein! Du möchtest einen Kaleidoskop! Oh nein! Hier geht es wieder. Mein Plan ist jetzt arbeiten! Du möchtest uns jetzt mehr. Aber es gibt mehr Dinge zu lernen! Und neue Herausforderungen zu überkommen! Lass uns weitergehen! Wir haben ein Gespräch zu finden! Woohoo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo bin ich? Komm her! Wir sind in der Kaleidoskopie! Komm her! Freikin' verrückt hier! Es ist nur eine Illusion! Wie ist die Kaleidoskopie? Wie ist die Kaleidoskopie? Ich habe mir selber gelebt, dass es eine Illusion ist! Ah shit! Ich bin echt gestorben! Du musst auch schauen, wie du jumpst! Rippie! Ich habe selbst in der Kaleidoskopie! Ich habe selbst keine Szenen gegeben! Also die sich so in der Raum gedreht hat! Ich habe nicht mehr in der Kaleidoskopie! Ich kann sicher einfach jumpen! Nachher safes dich! Danke für das Testen! Hier links! Wieso glaube ich dir? Oh ja! Ich glaube wir müssen... Die leuchtenden Dinge haben irgendetwas damit zu tun dort! Schau siehst du die! Die links und rechts! Ah ja! Ah warte! Steh mal nicht her, wo sie es verbindet! Nein! 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 Du bist absolut geniös! Warte! Scheiße! Warte! 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 Hexakon ist der beste Hexakon! Ich habe sie schnell gecheckt! Also du bist gut! Du bist gut! Hexakon! 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 Oh! Oh... Oh jejeje! Jetzt wird es 4 nehmen! Okay, ich habe meinen Spot gefunden! Ich kann nicht erfahren wie viele es sind! Wir sind eingeschwiegelt! Das ist echt nur am Problem! Ja! Fair! Ich habe dieses lösen! Ich war komisch, aber nein. Woher wollen wir in die andere Richtung versuchen zu lösen? Ähm, what the fuck? Okay, ich sehe ein bisschen was. Ah, okay. Ah, du musst jetzt vielleicht hochgehen, dann kannst du irgendwie wieder mal zurückdrehen. Bring dir irgendwas. Ja. Kannst du blau für mich hoch... Du, warte. So, warte. Äh, nein. So weit. Ah. Jetzt muss ich gerne wohnen. Bring dir das etwas. Ja. Ja. No, das ist ja so. Oh. Oh. Oh, come on. No, eh. Ok, machen wir es nochmal von vorne. Mit der richtigen Rolle. Ich wollte jumpen. Anyways. Ich bin sicher nur der Gelb. Ja, wie du weisst. Jetzt muss ich das drehen, wenn du auf blau kommst. Kann sein. Jetzt sind wir beide hier. Jetzt können wir beide hochgehen. Hier bin ich nicht. Jetzt sind wir alle. Deine Maus. Könnt ihr den? Aber wir machen den. Der ist nach 3. Bis zum nächsten Mal.